Oh, der wird lang und länger. Ein weiterer Kontakt. Ist drüber. Uff. Ja, das fing so gut an und Brittany Barnes. Zum Straight-Away Centerfield. Da war nichts billig dran, das war einfach mal eine Ansage. Zwei Run, Home Run. Wow. Ja, da hat alles gepasst. Da kann Absin Alipur nur noch hinterher gucken. Ja, da hat alles gepasst.